Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren BG-Commentary. Ihr seht jetzt keine Webcam, das liegt einfach daran, weil es wurde mehr oder weniger gewünscht, ihr sollt es wieder ohne machen. Das würde zu sehr ablenken, ist wie gesagt kein Problem, ich möchte ja Feedback und dem kann ich natürlich gerne nachkommen. Die Webcam wird in der Regel dann im Stream an sein und eventuell dann noch ein Overwatch. Also ein WoW ist sie wie gesagt nicht gewünscht gewesen, deswegen mache ich sie wieder aus und von daher machen wir das. Wie gesagt, wenn Feedback generell eingrifft, schaue ich immer, dass ich das umsetzen kann. Und solange der jetzt nicht in großer Zahl das Gegenteil gewünscht ist, dann bleibt er halt jetzt erstmal raus. So, wir sind hier im Auge des Sturms. Den brauchen wir nicht, den hier haben wir gleich, dann geht es weiter zum Mage Tower, genau. Zwergen also nicht zu der Mitte, oh der fliegt glaube ich mal runter, der Mage hier. Oh, den hat es erwischt. Ja, aber keiner drunter geschubst, so wie es aussieht. Von einem Priest, ja könnte Priest sein, sowas ist hier oben, ein Monk ist da. So, kommt den Stunner gleich. Wings up, okay. Dann gehen wir auf den DK hier. Mir auf den Krieger. Das wäre mir ein DS wegen Heilung. Okay, DK, den haben wir jetzt direkt. Und nächstes der Bory, kriegt ein Stun. The Touchman, genau, direkt tot. Geo Vengeance ist da. Und jetzt, genau, Bory wieder. Toe Vengeance ist da, damit er stirbt, genau. Na, vier, da ist wieder der Monk. Den poppen wir, also wegen des Schutzes draußen stirbt er uns noch. Monk wird sterben, genau. Den haben wir noch erwischt. So, wir haben diesen Punkt immer noch nicht. Ich heile jetzt mal den Druiden hier. Okay, Wory ist auch tot. Dann heilen wir jetzt mal ein bisschen hier. Damit die Leute hier nicht alle umfallen. Erst der Wory schon wieder. Weiß nicht, was der hier will. Ich Stunning jetzt. Okay, erstmal nicht. So, jetzt. Oh, das Battle-Fekt-Ringer ab. Scheiße, nicht gesehen. So, das ist ein Gegenhallen. Da unten ist ein Priest. Den machen wir mal langsam. Geht, den Rope direkt kaputt schlagen. Wenn wir können, dann nehmen wir die Flagge auf. Oh, oh, oh. Priest ist auch nur Priest tot. Nicht die Flagge, wir hatten die Flagge jetzt. Ne, jemand anders. Okay, ich hab keine Bubble mehr. Hand aufheben kann ich noch nicht benutzen. Jetzt aber. Hand aufheben gleich raus. So, der kriegt ein Inline. Chilo Vengeance ist wieder ab. Okay, Freedom. Ah, ist dann. Yes, das Maria. Scheiße. Okay, das war der Priest. Wory deckt ein Stun. Wings. Chilo Vengeance ist, um uns ein bisschen gegenzuhallen. Ah, okay, das war's dann jetzt. Ja, er kommt. Ah Gott, doch, 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 Gott. Ja, konnte ich jetzt doch nichts mehr machen. Ich dachte, ich kann mich vielleicht irgendwie noch ein bisschen gegenheilen, aber... Wir sind zu viele, ne? Priest hier. Kann ich nicht kicken? Das ist schon wieder. Monk mal Richterteil drauf. So, Priest wird gestunt. Meile ich mich ein bisschen, aber das wird auch nichts. Ich kriege noch einen Inline. Ne, tot, gleich. Jupp. Ne, das können wir nicht länger halten. Genau, jetzt haben wir es auch verloren. Aber wir haben 315 Punkte. Die Allis sind mit ihrer Flagge da drüben. Gut, die Mitte ist von uns soweit kontrolliert. Deswegen geben die nicht, ja? Wird gerade gefragt, wie es noch dauert, weil ich noch mal... ...ich mit meinen Leuten wieder unterwegs bin. Aber ich muss noch für morgen aufnehmen. Okay, Jessica's Vengeance ab. Wird verlangsamt. Ist tot. Oh, scheiße. Den wollte ich jetzt noch ihm hier helfen. Okay, ist done. Okay, töten wir ihn einfach so. Genau, den heilen wir jetzt mal. Okay, das ist sicher. So, da. Oh, Hammer. Oh, im... Oh, oh, oh. Wir brauchen dringend irgendwas. Brokneft nicht. Einfach hier. Gut, äh... Nachkriegs-Patronzentrieren. Einfach Anti-Tab. Okay, jetzt kann man nichts mehr machen. Jetzt bin ich runtergeschubst. War ja klar, letztendlich. Einmal so ein bisschen hoch. Hesha 2. Okay, Hesha. Deswegen gehe ich jetzt zum Hesha. Nicht, dass da die Leute umkippen und wir den Turm verlieren. Im Moment haben wir noch einen kleinen... Plus. Hallo, DK. One-on-one. Stun ihn. Gleich mit Damage rein. Geh' ich noch mal Vengeance gleich. Ab. Und mal Rache drauf. Stun ihn. Scheiße, war ich im Moment, da hab ich nicht geguckt. Ja, okay. Das wird aber nicht überlegen. Mit dem Rogue hinten dran noch. Okay. Erlebt doch wieder viel zu lange. Ist er tot. So, muss ich mich selber heilen. Ich seh' komischerweise nicht mehr die Zahlen. Warum auch immer. So, der ist hier full life. Das ist sicher hier. Ne, das Mount will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Das Holy Mount hab ich mir übrigens am Samstag geholt. Ich bin im Moment dran Prot zu skillen. Ähm, aktiv spielen werde ich den wahrscheinlich nicht. Mir geht's einfach nur darum, dass ich das Mount habe. So, und da die alles die ganze Zeit die Mitte haben. Und die Flagge abgeben. Haben die uns jetzt überholt. Ist das ne Eule? Vielleicht weiß ich, was du da machst. Vielleicht kann ich auch stun, mein Freund. Ach du Scheiß. Okay, das sind... Ja, okay, gut. Dann ist klar. Lächerlich. Na gut, wenn wir keinen zweiten Punkt holen. Wir sind hier am Kampf, dass wir unseren zweiten halten. Die alles nehmen jetzt die ganze Zeit dann die Mitte. Die müssten jetzt gleich tappen. Außer der Pally kann noch ein bisschen Anti-Tapp machen. Nö, die tappen jetzt dann. Na. Ja, jetzt bringen sie die nächste Fahne durch. Und dann sind sie uns über 100 Punkte voraus. Hä? Ja. B-Elf verloren. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Was ist hier ein Heiler? So, Dick. Ich bring jetzt erstmal hier ein Stun-Roll. Gehen wir auf den da. Hat ein Inline. So, geht es dann. Gehen wir auf den hier. So. Steppt doch einfach mal. Jetzt holen wir uns gut. Haben wir wieder? Gut. Jetzt müssen wir uns hier umhauen. Eigentlich müssten wir jetzt hier rüber. Das ist wieder Vengeance an. Klatsch mal drauf. So, jetzt ein Rogue und ein bisschen nerven. Wow. Hallo? Hallo? Oh. Oh, mein Finger juckt. Scheiße. Was ist dann hier? Oh, leckt mich doch am Arsch. Ja. Geh fort. Boah, was war denn das? Mann, ey, mein Finger hatte ich und ich konnte nix machen. So, ist hier wieder was? So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendein... Ah, natürlich, ob ich mich halt. Lol, bin trotzdem entwaffnet. Wie dumm. Muss ich nicht verstehen. Jetzt haben wir das Ding wieder. Brauchen wir uns ein bisschen heilen. Danke für die Heilung. Ja, wir müssen einen Punkt einnehmen. Einen dritten Punkt und den nochmal eine Weile halten. Sonst wird das nix. Den greif ich jetzt nicht, denn der stirbt eh. Wir haben aber auch keinen Heiler, kann das sein? Nee, aber echt keinen Heiler. Tja, da muss ich jetzt irgendwie gucken, was mit den Leuten hier kümmern. Beziehungsweise, dass ich sie am Leben halte. Oder mich selber am Leben halte. Ach du Scheiße. Was hab ich denn für Schaden kassiert? Was? Eile? Ah, Priest. Nee, ist kein Priest. Hallo Rogue. Keine Gotteshymne für dich. Ah, werde ich wahrscheinlich jetzt versterben. Muss gar nicht so ausrasten. Ich will so Vengeance an. Und immer 5 HP aufbauen. Okay, jetzt hab ich keiner mehr. Ja, klar. Okay, gut. Kaltblütigkeit. Was war denn das? Kaltblütig, Kaltblütig, Kaltblütig. Ich will, wie war das denn? Ach, Rogue. Schön. Wo steht denn der Rogue? Okay, gut. Hält sich ja eingrenzen. Tja, jetzt ist der Hinten, Ink. Tja, also auf kurz oder lang wird das nix. Brauchen die da Ink? Nee, brauchen sie nicht. Ja, lassen wir die Mitte schön Fleck weiter füllen? Ja, das stimmt wohl. Ah, jetzt bin ich jetzt drin schon. Ach du Scheiße. Da wird mir gleich kaputtgeschlagen. Das gibt's gar nicht. Kein Heiler. Eiskalt. Oder ich seh ihn nicht. Noch mal ein Heiler. Na, unser Schammi könnte ein Heiler sein. Ich seh's nicht. Das ist, glaube ich, ein Heiler, oder? Ja. Aber ja, aber okay. Entweder ist er schlecht oder kommt zunächst. Kann ja sowohl als auch sein. So, Wings hier rein. Oh, fick dich doch. Oh, ey. Oh, ich halte hier kaputt. Was soll's. Habt ihr gesagt, ich kann vielleicht irgendwie an der Seite entlang kommen. Ist der jetzt tot? Nee, ist natürlich nicht tot. Ist abgehauen. Muss ich jetzt nicht drum herum laufen. Tja, dann verlieren wir das wohl. Ja, die sind immer in Überzahlung der Mitte, weil sie es halt richtig machen. Da brauch ich auch nicht zergen. Na gut, was soll man machen, ne? Habe ich ne Bob? Ja, ich hab ne Bob. So, dann stirbt der Monk. Stun ihn und dann kann er nicht mehr abbauen. Und tschüss. Aber übrigens ist noch jemand gekillt. So, der ist geheilt. Den looten wir mal. Schade, es hätte eigentlich ganz gut gelaufen können. Aber naja, gut. Was will man machen? Manchmal ist das halt so. Wie war das? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen eben die anderen. Ja, die Allianz gewinnt. Kein Gladi-Teil. Schade. Na ja, gut. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es schon längst hast, dann abonniere. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.